Hallöchen meine lieben Freunde, na und willkommen zu einem neuen Let's Play Subway Surfer. Heute, es ist schon der 14. Teil Leute, checkt es aus, der 14. Teil. Ey, ja, wie ihr ja wisst, glaubt mal, habt ihr das mitbekommen? Weiß ich jetzt nicht so genau, wie ihr es mitbekommen habt, haben wir uns ja schon den Roboter kaufen können. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, zeige ich es euch auf jeden Fall. Ja, wir haben schon einen neuen Skin gekauft und wir haben es ja jetzt halt auch auf sie hier abgesehen. Und deshalb müssen wir halt noch mehr Runs machen. Da oben gibt es wieder zwei Schlüssel, die ich mir holen kann. Ich fange jetzt einfach direkt mal an. Ja, auf jeden Fall, äh, äh, ja, es macht Spaß, das Spiel, sage ich in jedem Let's Play. Und ich bin froh, mit euch dieses Let's Play zu machen. Na, beziehungsweise ich mache das und ihr guckt zu. Naja. Boah, wir haben es ja jetzt halt wieder abgesehen auf die ganz normalen Dinge. Nämlich das, boah, das müsst ihr eigentlich wissen, Highscore verbessern, neuer Skin. Ja, den werde ich mir wahrscheinlich heute noch nicht kaufen können, aber das ist ja bestimmt nicht so schlimm. Und ich gebe immer mein Bestes. Okay. Noch sind wir im 100er-Bereich mit den Münzen. Also, noch nicht so, also noch kein großes Ding. Okay, im 200er. So ein großes Ding ist das jetzt nun auch wieder nicht. Boah, das war knapp. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt vorbei. Aber das ist es nicht. Okay, wir sind noch beim 100er-Bereich. Das Wort kriegen wir jetzt auch voll. Yeah. Und schnell weg. Schnell weg hüpfen. Meine Zufallbox. Yeah. Boah. Also, wenn ich dazu kein Let's Play machen würde, dann würde ich dieses Spiel jeden Tag suchten. Weil ich das so sehr spiele. Das macht so viel mega Spaß. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß das macht. Oh, nein, 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 nein. Video, Video, Video. So. Leute, es musste sein. Ich will jetzt das schaffen. Wir sind schon bei 400 wieder. Ich achte nicht auf die Münzen, ehrlich gesagt. Ich achte einfach nur darauf, dass ich keinen Fehler mache. Und es danach bereue. Aber sobald ich weiß, sind wir schon beim 500er-Bereich. Und schon fliege ich weg. Ich fliege da mal weg. Mehr Münzen suchen. Damit wir in den 600er-Bereich kommen. Yay. Supi-supi. Nein. Oh, Schlüssel habe ich nicht. Oh, schade. Immer kurz davor habe ich nichts. Naja. Noch eine Mütze. Ja, auf jeden Fall. Machen wir direkt weiter. Oh, jetzt hackt es ein bisschen. Nee, das ist nicht gut, dass es hackt. Es darf jetzt nicht hacken. Ich hoffe, es hackt jetzt nicht weiter. Komm ich doch hoch. Oh nein, ich versuche es gar nicht erst. Und schon bin ich auf dem Zug ausgerutscht. Oh nein. Oh nein. Egal. Wir machen noch eine Runde. Und vergesst nicht wie immer in die Kommentare zu schreiben, was ich sonst noch so für Let's Plays machen soll. Oder halt andere Videos, drei Nachts, 24 Stunden Challenges oder so, was ich drehen soll oder was ich mal ausprobieren soll. Und denk dran, den Daumen nach oben blau zu schlagen, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Ja, jetzt, gerade, jetzt hat es gehackt. Na toll, jetzt hat es gehackt. Na, das war nicht schön. Und ich habe immer noch nicht genug Geld. Ich hoffe, jetzt kriege ich wieder eine Runde hin, ohne dass es hackt. Und ich habe immer noch nicht genug Geld. Es wird immer so langweilig, wenn es so langsam alles ist. Ich finde es viel besser, wenn es schneller wäre. Wir sind bald wieder beim 300er-Bereich. Schaffen werden wir es sowieso nicht, das weiß ich doch ganz genau. Und ihr müsstet das auch wissen. Boa, das macht so viel Spaß trotzdem. Boa, das macht so viel Spaß trotzdem. Ja, na, okay. Ja, gut, dann war es das jetzt auch schon wieder mit dieser Folge von heute. Schaltet auf jeden Fall in der Folge morgen wieder rein und denkt dran, vergesst nicht den Daumen nach oben, schlagt den Daumen nach oben blau und vergesst nicht noch die Glocke zu aktivieren, um keins meiner nächsten neuesten Videos zu verpassen und zu abonnieren. Wenn ihr das geschafft habt, schreibt in die Kommentare, Subway Surfer, schreibt Subway Surfer in die Kommentare. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!